Powered by Unity Also ich laufe Das haben wir jetzt so ausgemacht Ich laufe und er benutzt die Maus So, schauen wir mal Also du schaust dich halt um Du kannst mir dann sagen ob ich laufen soll oder nicht Also ihr seht es Es ist wie Minecraft aufgebaut Sehr simpel Pixelig Und ja Es soll gruselig sein und es ist Ein bisschen verpackt Was machst du? Ich mach gar nichts Geh mal runter Nicht so weit runter What the? Geh mal da runter, ein schwarzer Halt auf der Nipp Oh Wir haben eigentlich Hilfstoffe Äh, soll das so sein? Okay Fail So, wir sind wieder zurück Keine Ahnung was passiert ist Aber das kommt auf jeden Fall als Fail rein Wir sind aus der Map gefallen Geil Schon beim Beginn Ha 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 Ja, da war es wahrscheinlich so ein Einzelglitch Der einfach mal Passiert ist weil Keine Ahnung Also es ist wie ACP 087 aufgebaut Also irgendwann soll ein Monster kommen Und immer wieder mal kommen Ähm, schon scarce Worüber Aber Wir leider nicht Bescheid wissen Also wann Es kann auch jetzt schon kommen Oder Erst hundert Treppen später Das ist immer das Problem bei ACP Also das Oh, ich hasse Geräusche Also Also Ich laufe einfach mal Das hört sich an wie ein Geistermütchen Wartet etwa ein Geistermütchen auf oder? Mami Boah Alter, hör auf Boah Du kannst auch ein bisschen was sagen Ha ha Nicht zu ruhig sein Ich übe meine Laute vielen innen auf Boah Ich hab keinen Bock auf Schlaumscares ohne Scheiß Es ist schon sehr lange her, wo ich ein Netzgrusel gemacht habe Ich glaube aber Das war noch 2015 oder sowas Und das war mit dir glaube ich Mehr haben wir nicht Aber glaube ich Slender gespielt Ja, was machst du noch heute? Keine Ahnung Ich sehe es schon kommen, es wird noch kommen Es wird noch kommen Es muss noch kommen Es wird kommen Ich weiß nicht, dass es auch nicht so klitsch ist Ich weiß nicht, dass es auch nicht so klitsch ist Hier sind auch nicht diese Nummern wie bei SCP irgendwie Bei SCP waren ja immer so 1, 2, 3 Getauschen Hm? Ja, getauschen, genau Ich glaube da sind wie Das ist ja gar nicht Mal machen wir einen größeren Bogen um die Ecken Das muss ich hier machen Ich hab das nicht mitgezählt Wie weit sind wir jetzt schon? Boah, oh nein, halt deine Knappe Hey, ohne Scheiß Wenn irgendwie ein Geistermädchen oder sowas Uns dann erschreckt oder sowas Gehen wir nicht mehr so schnell um die Kurven Weil wenn nicht was um die Ecke läuft Wumm Ich hab's gar ohne Ende Also bisher hatten wir noch Glück Bisher Ich glaube so mal jetzt ist immer Mal kurz Geht auch irgendwann mal auf die Finger Das war nur Das waren nur Pixel, keine Angst. Das ist alles nur Pixel. Dann geht das noch. Okay Leute, wir haben das Ende geschafft. Wir sind durchgekommen. Machst du so mit Computer so ein D-End hin? Hm? Machst du mit so Computer D-End hin? W-End. Ach, halt die Klappe! Ich verstehe eh kein Englisch. Ey, ich glaube echt, das ist... Das ist doch nicht normal. Was ist das normal? Nicht normal, das sollte nicht schon eigentlich kommen. Also wenn das jetzt noch so weiter geht, dann glaube ich, ist das auch... Oh, hier, Brian! Hier, Brian! Okay, hier ist hier, Brian. Gehen wir... Nee, geh rückwärts hoch, geh rückwärts hoch. Rückwärts hoch. Ja, drehe ich hoch, drehe ich hoch, drehe ich hoch. Einfach noch... Nein, überhaupt nicht, das schaffst du gar nicht mehr. Aber dieses Wort... Ich lasse es hinter uns, kommt. Ich drehe mich nicht um, ich drehe mich nicht um. Aha! Ähm... Sind wir Pussis? Geh mal runter! Wenn du im Real Life auf so einen Typen triffst, gehst du dann noch mit offenen Armen mit denen entgegen. Nein! Geh mal runter! Aber ist das Real Life? Geh mal runter! Alter, wir sind... Das ist eine große Herausforderung! So, hallo, hier, Brian. Wie geht's dir? Wird du uns da verfolgen, vielleicht? Achso, na... Achso! Ich dachte, vielleicht bist du sogar ein Trumpskiller. Naja, also so gruselig war das jetzt nicht, oder? Halt bloß die Geräusche im Hintergrund waren ein bisschen nervig, aber langweilig. Ja, es geht. Also Qualität, pixelig halt, aber eigentlich... Ja, wobei, es ist halt vorgesehen vom Spiel. Ja, schon eigentlich. Eine Skala. Ja, machen wir wieder eine Skala. Ja, also gruselig, von 1 bis 10, ich weiß es nicht. Wenn ich die Backgroundgeräusche mitzählen würde, 4, 5. 4, ich mach 4. Spaß? Ja, es geht. 2 bis 3. Ich bin mal jetzt ganz hart 1. Was hat mir noch? Grafik, aber nicht, oder? Nee, Grafik hatte ich, glaube ich, nicht mehr. Action. Action. Ja, Action. War jetzt nicht wirklich viel los. Ich mach 0. 1 wegen Hero Ride, aber ist nicht wirklich viel. 0 bis 1. Also eine Note 5, muss ich sagen. Also, ihr könnt es euch gerne runterladen, wenn ihr wollt. Die Beschreibung ist... Äh, der Link ist in der Beschreibung. Die Beschreibung ist im Link, okay. Und ja, Leute, dann sage ich jetzt... Bis bald und schau. Braah. Ja, ich bin reingehauen. 64. Vielen Dank.